Vor uns, vor uns, vor uns! Ja, ich seh sie, ich seh sie, wir müssen sie abballern, ballern sie ab! Ich schieße! Wir sind in dem Kampfgebiet, zurück, 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 zurück! Oh, 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 ja, 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 Mach ich, ja, mach ich, ja, es ist nicht so einfach, das ist ein Panzer! Nein, bitte, bitte! Hallo, eine Sekunde! Zu Battlefield 2042 zusammen mit Carluten! Hallo, hallo! Und Leute, ganz kurz vorweg, ein riesen, riesen, riesen Dank geht raus an EA für Sponsoren des heutigen Videos. Vielen, vielen Dank! Und Leute, derzeit gibt es eine neue Season Battlefest, und zwar die dritte Season, die Carluten und ich heute spielen werden. Dazu gibt es einen neuen Spielmodus, es gibt eine neue Map, die Speerspitze heißt, es gibt neue Waffen, es gibt einen neuen Battlefest und noch vieles, vieles mehr. Dazu aber gleich mehr, mitten in den Runden, aber vorweg müssen wir uns erstmal einen Modus auswählen, den wir beide spielen werden. Und ich würde sagen, das ist... Eroberung! Boah, es gibt voll viele Modus, fünf Stück. Bist du bereit für Eroberung? Ja! Ja! Geh mal rein! Schwerspitze-Eroberung, 24-7! Ich bin in einem Jagdflugzeug! Wie, du bist in... Weg vorbei! Ja, warte! Ich fliege in einem Jagdflugzeug! Du fliegst ohne mich! Ich sehe dich da auf der Karte fliegen! Ich versuche zu landen und dann gebe ich es dir! Ja, versuch! Ja, ich bin hier unten! Okay, ich bin hier unten, ich warte auf dich, ich sehe dich im Jagdflugzeug! Ja, ist nicht so einfach! Wo kann ich denn landen? Ja, bei mir hier vorne ist ganz viel Fläche! Ja, ja, warte! Oh, Alter, Paluten, das ist gut! Ja, ja, warte! Ich versuche das... Oh Gott, da ist jemand! Er hat mich getroffen! Du lebst aber noch, alles gut! Ich bin gelandet! Ich bin da! Ich steige aus! Das ist mein Geschenk für dich! Alles Gute zum Geburtstag! Wie fliege ich den? Wie? Du weißt, ich kann nicht fliegen! Doch, du musst jetzt starten! Ja, wie starte ich denn? Du musst starten! Ich starte! Ich starte! Oh, die Kiste! Oh, die Kiste! Ich fliege! Ja! Du schaffst das, ich glaube an dich! Ich schieße! Okay, ich schieße auf dich, Mann! Oh, nein! Okay, alles klar! Ich bin leider von uns gegangen! So gehst du also mit Geschenken um? Wir müssen die Flaggen einnehmen! Okay! Ich habe uns hier ein Fahrzeug besorgt! Ach so! Ja, okay! Dann nehmen wir ein Fahrzeug! Okay, du fährst! Ich schieße, okay? Ja, hier vorne! Du musst hier die gleich... Ich bringe uns rein! E2 nehmen wir jetzt ein! Okay, ja! Da kannst du da reinfahren! Nach links! Ja, warte! Wir haben uns ein bisschen festgefahren! Ja, rück jetzt vorwärts und dann abfahrt! Aber ich sehe jemanden! Oh, oh, oh! Hinter uns! Ja, warte! Hab ich einen! Hab einen! Hab einen! Hab einen! Ah, da! Links! Links! Mach ihn platt! Hab ihn! Aussteig! Aussteig! Weg, weg, weg! Ah! Nein! Okay, lass uns zu B1 gehen! Oh, ja, wir haben einfach die andere Seite eingenommen! Ja! Ich komm zu dir! Guck mal, wir laufen jetzt einmal zu Fuß, okay? Wir brauchen nicht immer ein Fahr... Oh, hier vorne ist ein Fahrzeug gerade! Wir machen ein paar Meter mit dem Fahrzeug! Äh, bist du drin? Ja! Oh, da ist einer! Vorsicht! Äh, ich fahr rum! Fahr doch nicht weg! Ich fahr weg, ich hab Angst! Im ganzen Dezember wird auf verschiedenen Plattformen, wie zum Beispiel Xbox, Playstation oder PC auf Steam das Spiel Free-to-Play sein, also könnt ihr es einfach dann kostenlos spielen. Da könnt ihr dann auch verschiedene Waffen, Modis und auch Playlisten antesten, was wir jetzt auch gerade machen. Was auch sehr Spaß macht, deswegen empfehle ich es euch sehr, dass ihr einfach mal ganz kurz das Ganze mal ein bisschen antestet. Vielleicht gefällt es euch ja. Okay, vorne! Oh, oh! Komm her! Ja, ich hab ihn überfahren! Let's go! Letztendlich gibt es auch ein Gewinnspiel, wo man zum Beispiel eine Xbox Series S gewinnen kann, eine Bomberjacke, allgemeine Bomberjacken und man kann auch Coins gewinnen. Jeweils zu 2.200 Coins. Also macht auf jeden Fall beim Gewinnspiel mit, dort zu auf jeden Fall mehr in der Videobeschreibung, falls ihr da mitmachen wollt. Oh, 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 oh! Okay, ja, ich steig raus. Hier rein. Okay. Folge mir. Hey, mei, dir. Ruhig, Palle! Was denn? Wir müssen taktisch vorgehen. Ja, mach ich doch. Komm her. Oh Gott! Nein! Ein Gegner, komm, wir beide gehen zu Boden. Ja, wir haben uns überrascht. Guck mal, ich hab die, ich hab die, ich hab die, ich hab ne Waffe, Palle. Ja. Da kann ich wechseln in den Modus. Von Vollautomatik zu Sniper. Und lass kurz ein bisschen snipen. Ich möchte jemanden wegsnipen. Hab einen gesniped! Sehr gut. Noch einen. Sehr gut. Oh, oh! Palle, ich werd abgeschossen. Ich brauche einen Sni. Ja, ich komm. Ich brauche einen Sni. Ich fliege durch die... Ich wurde von Heli abgeschossen. Moin. Hallo, komm mit. Guck mal, du Hund! Oh. Der ist aber süß. Wo willst du denn hin? Nein, er läuft weg. Oh! Oh! Sni! Ja, da. Ja, 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 ja. Ja, gib mir. Boom. Oh, volle Ladung. Geil. Bin wieder da. Oh, Kuss. Aber overall gibt es in Battlefield 15 Mats, einschließlich vier überarbeitete Schlachtferder, 100 Waffen und Gadgets, 40 Fahrzeuge. Für jeden Spieler gibt es da etwas. Es gibt 13 Spezialisten mit Eigenschaften und Spezialitäten. Finde einfach den, der am besten zu dir passt. Meiner ist auf jeden Fall selten zur Zeit, weil nach jedem Kick kriegt man halt einen Boost bei Leben. Das ist mir halt sehr hilfreich. Ich hatte so viele Kids immer noch, ihr kennt mich ja. Ja, guck mal. Sehr schön. Guck mal, wir machen Fortschritte. Siehst du, oben läuft einer? Ja, ja, warte. Ich muss hier, hier, hier liegt einer. Mach sein in den Modus. Ja, ja. Alter. Ich snipe so lange. Hier unten ist einer. Ah, nein. Ich meine, meine Waffen musst du aufladen. Du kriegst ihn. Nee, warte, ich will dich in. Ich will dich doch wieder. Ah. Ah. Ich habe mir nicht in die Gegend geflogen. Ich auch. Äh, Palle, ich habe außerdem den Jet wieder genommen. Sehr gut. Das war immer erfolgreich. Ja. Ich habe, ich habe, ja, das ist, also. Wee. Guck mal da. Boom. Den einen habe ich volle Kanne überfahren. Sehr nice. Mein Jet. Palle, kannst du zu mir kommen? Äh, ja, ich sehe dich. Oh Gott, hier sind mega viele. Ich bin halt absolut im Gegnergebiet. Komm, bitte. Ja, ich bin leider gefallen, weil ich bin in so fünf Leute reingefahren. Ja. Zwei habe ich erwischt, drei habe ich kalt. Ah, du wolltest einen Strike machen, wie beim Bowen, ne? Ja, so kennt man mich. Okay, kannst du zu mir kommen? Ja, klar. Moin. Okay, pass auf, wir sind hier absolut im Gegnergebiet, deswegen. Habe ich. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir müssen das einnehmen. Wir müssen das gerade einnehmen. Aber auch ein? Aua, ich liege. Okay, warte. Ich bin gerade in... Okay, das sind zu viele. Kommst du mir, Palle. Ich habe einen Panzer. Maschallah. Maschallah. Zerschmetter alle, Palle. Mit dem Geschütz. Du musst treffen. Oh, vor uns. Ist das ein Panzer? Oh, oh, oh. Das sind mega viele. Da vorne, Spalle da rein. Rein da. Dir knallt es gleich. Okay, wir gehen jetzt hoch auf den Berg. Okay. Da musst du aber aufpassen, Sani, okay? Mach ich. Ich bin hinter dir. Du kennst mich. Ich sehe gar nichts. Ich bin tot. Oh. Ich auch. Habe einen. Sehr gut. Ja, habe noch einen. Okay. Panzer. Ja, das ist ja so. Jetzt geh mal bei C1. Da siehst du so ein Symbol. Siehst du das absetzen? Ja, nein. Ich bin gerade im... Ach. Ich habe eine coole Explosion gemacht. Das ist auch nicht schlecht. Ich bin jetzt bei C1. Ich bin hier irgendwo in so einem Schaden. Soll ich zu dir kommen? Nee, ich komme. Ah, ist vorbei. Wir haben gewonnen. Yeah. Ja, easy. Weißt du, das war die Teamarbeit zwischen dir und mir. Und die haben so gemacht. Easy. Ich habe 16 Kills gemacht. Ich habe 18 Kills und es ist... 18 Kills. Das ist mein Mann einfach. Oh, cool. Wie ist der Roboter? Nein, der ist weg. Bei mir liegt. Die sind neun Sachen. Okay. Battle Pass Freischaltung. Und das ist der Battle Pass, den ich eben erwähnt habe. Nur ganz kurz. Aber hier seht ihr ein paar Sachen, die es im Battle Pass gibt. Sind da auf jeden Fall sehr viele geile Sachen, die man sich auf jeden Fall holen kann. Ja. Blau sieht cool aus. Nee, die Tarnung einfach. Ja. Sieht schon cool aus, die Sachen. Muss ich echt zugeben. Manche Sachen sind echt nice. Du bist noch bei mir drin, ne, in der Gruppe? Yep. Okay, wir spielen jetzt Durchbruch. Ah, Alter, wie cool wir sind. Axel. Ah, siehst du mich vorne? Mit der Sniper in der Hand. Okay. Mhm. Ja. Okay. Nee, werden wir nicht zulassen. Genau. Ah. Oha. Oh, ist vorwärts, vorwärts. Okay, ich bin da. Wir müssen durchbrechen, Palle. Steig ein, Brudi. Steig ein. Ja, komm mal, sorry. Ich bin im Falsch. Brinnen drin. Ja, da oben, da ist sie. Ja, ich schieße ihn ab. Okay, meine Waffen. So kann ich nicht ziehen. Oh Gott. Fahr schneller. Vor uns, schneller. Mein Kapustfahrer. Ja, war rüber. Ich bin einfach über ihn rüber gefahren. Ich bin auf. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Ich steige aus. Ich bin da. Bin ich im Kampf? Das ist ein Panzer. Ich weiß. Oh, nee. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Er sieht mich. Das muss besser gehen, Palle. Warum meckerst du mich denn jetzt an? Weiß ich nicht. Guck mal, was ich habe, Palle. Komm mal zu mir. Was hast du? Ich habe keine Ahnung, wie es heißt, aber ich kann über Wasser fahren. Ich bin so ein Boot-ähnliches Fahrzeug. Das glaube ich gern. Aua, aua, aua. Warte, ich höre dich da oben ab. Rettung kommt hinter dir, hinter dir, hinter dir. Okay, hinter mir. Ah ja, bin drin. Sehr hübsch. Ich kann schießen mit so einer Railgun. Ja, du musst du wohl schießen. Hast du gerade ausgestiegen? Zurück aus dem... Nein. Du musst ins Kampfgebiet. Ach, wir müssen uns verteidigen. Okay. Oh Gott. Nein, ich habe es nicht geschafft, weil ich kannte. Da war. Ich habe jetzt auch so ein Boot. Ich bin bei dir im Boot drin. Sehr gut. Äh, äh, aua. Ja, ja, da, da, da. Hier, hier, da, da. Ab ihn. Raus, raus, raus. Okay, ich bin draußen. Ich bin drin im Gewicht hier. Da ist ein Panzer, Maxi. Nein, nein, der sieht uns nicht. Da sind zwei Panzer. Ja, ich sehe die genau vor uns. Wenn die uns sehen, sind wir K.O., das weißt du, oder? Ja, das weiß ich. Da, hinter uns. Oh, warte, ich werde abgeschossen. Ja, sie sehen uns. Ich bin runtergesprungen. Ja, ich bin hier, ich bin hier hinter dem Stein. Oh Gott, er hat mich. Ah, schade. Ah, palle, sieht gar nicht gut aus. Ich habe das Gefühl, wir verdienen ja alles. Ja, Quatsch. Ja, wieder Quatsch. Die haben schon die ganzen Basen von uns eingenommen. Nein, wir machen das. Oh, das sind so viele. Ja, ja, wie mache ich? Hab einen. Aua, bin tot. Ja, aber keine Sorge, denn ich habe einen Panzer. Deh, 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 deh. Ich bin bei dir drin. Vor uns, vor uns, vor uns. Ja, ich sehe sie, ich sehe sie. Wir müssen sie abballern. Mal ballern sie ab. Ich schieße. Ja, wir sind im Kampfgebiet. Zurückfahrt, zurück, zurück, zurück. Oh, ja, 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 mache ich, mache ich. Es ist nicht so einfach, das ist ein Panzer. Nein, bitte, bitte. Halle, eine Sekunde. Oh, Mann. Wir haben verloren. Für die gegen Mautland. Antarktis-Paluten. Okay. Zieh deine Winterklamotten an. Okay, warte. Ich muss Spezialisten auswählen. Ich nehme den hier. So sehe ich gut aus. Ich bin gut getarnt. Ich kann mich jetzt in jeden Busch reinsetzen. Hallo. So, einfach das machen, was die anderen machen. Da hinten, da rechts ist einer. Den holen wir gleich. Da unten ist er. Ach, du Kacke. Ah, ja, ich sehe ihn. Ich habe ihn einmal getroffen. Ich kann gar nicht zielen mit der Waffe. Bleib hinter der Deckung. Bleib hinter der Deckung. Hier mit dem Dreck. Du schießt die Nonna drauf. Also, ich habe das Gefühl, du willst den nicht. Hab ihn. So, okay, du bist eine absolute Mache. Ich habe gar nichts gesagt. Lass ihn, lass du ihn kurz. So, schnapp dir. Äh, sie ist kaputt. Du machst alles, was ich dir schenke, immer kaputt. Oh, Alter. Bleib in Deckung. Lass es nicht abschießen. Bleib in Deckung. Ich habe einen. Sehr gut. Vorsicht, immer in Deckung gehen, ne? Ja, der eine hinter uns. Hinter uns. Da stehst du komplett offen, glaube ich, jetzt. Bitte. Lauf nicht weg. Nein, ich habe hier. Warte. Komm rüber, komm rüber, komm rüber. Ich helfe dir. Lauf dich. Okay, Palle, lauf. Lauf in Deckung. Wir haben die wieder direkt. Ich bin... Okay, ich sehe da jemanden. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Er hat mich getötet. Oh, nein. Ich hole ihn. Brache, wir verlooten. Sehr gut. Ich kämpfe mich hier ein bisschen vor, gerade. Ich habe wieder einen. Ah, ich sehe dich. Lass dich nicht abschießen in der Luft, ne? Ja, ich probiere es. Oh, no. Bist du abgeschossen? Äh, Palle? Ja, ich sehe die alle. Hast du die geholt? Nee. Aber fast. Ah. Ich krabbel zu dir. Ich krabbel zu dir. Wir haben es versucht, Palle. Wir gegenseitig. Wir geben uns die Hand, Alter. Nein. Wir haben es versucht. Okay, Leute. Das war es mit dem Video. Erstmal ein Danke geht raus an EA für Sponsoren des heutigen Videos. Wirklich viel, vielen Dank. Und ein Danke geht raus an Paluten, dass er heute mit mir gespielt hat. Leute, falls ihr Interesse an den Spiel habt, dann klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da seht ihr alle Infos zu dem Spiel, was es noch gibt. Welche Daten ihr wann was kostenlos spielen könnt. Seht ihr da alles ganz genau. Und ja, ich würde sagen, das war es. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, schau bei Paluten vorbei. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.